So, ähm, so, Mutatoren-Einstellungen, ähm, 5 Minuten, Highscore unbegrenzt, Spielgeschwindigkeit, Ballhöchstgeschwindigkeit, wollen wir schnell machen? Ja, mach mal richtig, äh, knüppel mal richtig die Wand da, ne? Ballart Würfel? Ja. Ballgewicht lass ich mal Standard, oder? Ja, mach ganz leicht, ey. Nein, mach mal Standard, ja, fütter was an. Ballgröße? Schwerkraft auf Standard. Ballgröße normal, denke ich. Ja, halt jetzt in der ersten Runde können wir erstmal auf normal. Ballabprallstärke. Da kannst du eigentlich ein kleines bisschen höher machen, oder? Wie hoch und super hoch geht, also mach ich hoch. Ja. Boostmenge. Toll. Lass mal, mach mal so, dass alles komplett... Also unbegrenzt. Ja. Booststärke. Alter, ach, das war ja das, was er so richtig extrem war. Ich kann ja mal auf, äh, mal zwei machen. Es geht bis maximal, äh, bis mal, äh, zehnmal. Höftig. Schwerkraft normal? Ja, normal. Zerstören Standard? Ja. Respawn Zeit, drei Sekunden. Lass ich das mal. Okay. Los. Ach, jetzt ist es vier gegen vier, oh. Was soll? Welches Team? Achso, ähm, mir wird auch nichts angezeigt. Hä? Ach ja. Das war Freundschaftsspiel, Borgi. Ja, war doch, hab ich doch gemacht. Freundschaftsspiel, ja. Wird der extra noch beitragen, oder? Nee. Wahrscheinlich nicht. Nee, nee, das würde ja ein weiterer Ding zerstellen. Muss der uns einladen im Spiel drin. Nee, nee. Ja, also in der Auswahl von Freundschaftsspiel. Oder war das Training? Ja, Training war's, genau. Doch, Training war's. Und dann Freispiel. Freispiel? Nee, war's auch nicht. Oh, ich bin weg. Ach, ja, Online-Spiel ein privates Mitspiel. Ja, ja, okay. Okay, ähm, das war... 3 gegen 3. Was? 3 gegen 3. Ja, 3 gegen 3, aber... Region. Ja, halt, durchgehend Arm. Arm rumlackierend. Nur Party, okay. Mutatoren-Einstellung. Schneefrei, eigene. Ja, um... Highscore, unbegrenzt, ja. Spielgeschwindigkeit, Standard, Ballhöchstgeschwindigkeit. Schnell. Oder? War das? Ja. Okay. Ballart, Würfel. Ballgewicht. Standard, Ballgröße. Äh, Ballgröße? Was war da noch? Ballart. Abfallstärke hoch, Boostmenge unbegrenzt, das auf 2, Schwerkraft? Normal. Normal. Zerstören nochmal, 3 Sekunden, okay. Auch aus den Lachs. Ja, ich mach das nie, deswegen, äh, äh, wusste ich nicht genau, wie das nochmal ging. Bist ja gut. So, welches Team? Orange. Äh, wurschtbar. Yeah. Ja, fisch, ey. Wuhuuu. Alter, alter. Alter, alter. Alter. Das ist zu schnell. Wollt das, ey. Das ist zu schnell. Aber, hallo. Boah, ich bin geflogen. Wir kassieren gleich ein Tor. Ja, das ist normal. Alter. Das ist einfach zu schnell. Boah, ich bin einfach nur rum, ey. Ja, da war ja. Na, na, was ist das? Boah, nee. Und das gegen Bots? Na, hallo. Scheiße. Alter, das Ding ist noch unberechenbar, als wäre es halt so ein beschissener Scheiß. Ähm. Bei, äh. Bei, äh. Boah, okay. Äh. Den Pupf bin ich halt, ähm, wesentlich, ähm, be, 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 rechenbarer als der, der Ball. Boah. Ja, finde ich. Also für mich ist er, äh. Äh. Ich bin auf dem Falsch. Warte, blub, 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 blub. Alter! Ne, ne, ne. Alter! Ale, ne, ne, ne. Alter! Hildscher ist mal wieder am fliegen. Ich bin am eskalieren, Alter. Am eskalaten. Eskalate quickly. Alter, jetzt rutscht ich hier am Dach hoch. Alter, die ganze Zeit die Musik, das macht aggressiv, Alter. Alter, was ist denn los? Alter. Alter, ich habe hier niemanden weggeknüpft. Ja, mich! Ach so. Hämflich. Oh, Stefan. Ich bin halt auch noch in der Übungsphase. Alter, wieso hüpft er auf einmal? Alter. Alter. Alter, ernsthaft? Er fliegt durch. Mondstein, flieg und sieg! Nein! Er ist falsch abgeprallt. Nein! Weißt du was? Das Spiel spiele ich mal mit wie es der Controller ein. Vielleicht kann ich da besser fliegen. Das wage ich zu über Zweifeln, mein Leben. Doch, mit Controller kann man sehr gut fliegen. Ja, halt wenn er, ähm, däh, ähm, halt den Controller aus dem Fenster schmeißt, mach den mal ein. Was? Nee, ernsthaft? Da kann man echt mega gut fliegen. Ja, und dieses fliegt rings. Ja, und das fliegt auch schon genug. Komm, stopp an! Boah! Ich seh doch nur ein Hähnchen fliegen. Nächste Zerstörung. Ah, mit, mit Nitro-Dremit, den Dings. End?", End, halt, konzest mich nie. Mondstein, Flieg und Sieg! Oh, das würde ich gerne mal mit Puck so spielen. Alter! Aber dann mit übergroßem Puck. Ja, das machen wir gleich beim nächsten Spiel, würde ich sagen. Mit übergroßem Puck. Nein! Die, die, Lenkung nicht mehr. Zumindest nicht, äh, nicht mehr so gut. Ja, ja, mein, das ist ja in gewisser Maße normal. So, machen wir uns das Spiel jetzt. Ach du Kacke. Alter, vibriert der scheiß Controller auf einmal. Leckt mich am Arsch. Was denn ein Vibrator? Doch, warum vibriert denn der auf einmal? Ein Chaos-Spiel. Alter, da war ich noch. Und hab die Scheinchen in den... Alter! Schade. Das macht echt aggressiv diese ganze Zeit, dass, äh, die Musik beim, äh, beim Sprenge, beim Turbo. Muss ja nicht die ganze Zeit Turbo, äh, geben. Ja, machen wir mal. Ja, das haben wir ja schon mal gemacht. Können Sie sich noch daran erinnern? Ich weiß, ne, weiß ich nicht. Das ultrakrasse Spiel? What? Das weiß ich nicht, ne. Jetzt weicht, wir, die blöden Gegner schon aus. Alter, ich komm überhaupt gar nicht klar. Nein, ich auch nicht. Ein Glück ist es halt sein, ne? Ja, aber man kann ja sowas mal prob-, äh, ausprobieren. Ja. Außerdem wolltet ihr das so. Ja, ja. Ähm, da so ist dieser Modus ja da. 6 zu 0 und das gegen Bots. Geh das mal mit mir wegen Fettsack da, äh, mit der sich die Scheiße wieder angucken. Ja, hallo? Ich kann das nicht weitermachen. Klar kannst du es weiter tun. Nein. Doch. Ist das dein Ernst? Ja, dann gehe ich nämlich ans Menü. Das ist irgendwie ganz blöd. Da muss das mal umwegen, die Tasten oder sowas. Ah. So ein Blitz habe ich jetzt als Antenne. Zurück zum Hauptmenü. Warte, 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 na. Ach so, ach ne, Stück, du kannst da was machen. Habt nach, seid ihr schon nur im Menü? Ne. Okay, gut. Weil ich kann es nämlich hier ändern. Äh, notatoren. Notatoren. Äh, 5 Minuten, heiß, kurum, rennst, spielgeschwindigkeit, standard. Alles geschwindig, wollen wir mal Puck nehmen. Ballgewicht, Ballgröße, mal groß oder gigantisch? Gigantisch. Ja. Ballabprallstärke super hoch. Boostmenge. Wiederaufladung schnell. Ja. Booststärke 1, Schwerkraft. Standard? Ja. Okay. Dann ist alles jetzt eingestellt. Diese Eiser-Arena hast du auch? Die was? Die Arena mit dem Eis, weil auf Gras bewegt er sich. Alter! Was war das denn für ein Scheiß? Wieder orange. Nee, nee, die Einstellungen wurden nicht übernommen. Natürlich, bist du doch. Echt? Schnell, Puck, super hoch, Wiederaufladung schnell. Gigantisch, okay. Ah, okay. Alter, was ist das denn für ein Puck? Boah, den kriegen wir doch niemals rein. Ähm, Puck, dann kriegst du den halt, bist wahrscheinlich kaum ins Tor weit. Was ist das denn für ein... Langsam. Uuuh, fetti, fett, 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 fett. Alter, und dann springt er auch noch die ganze Zeit, weißt du? Dann noch so ein Flumi-Zirkus. Hab ich den schon berührt? Ich weiß das gar nicht. Äh, ich glaub ganz am Anfang mal kurz. Mir wurde er gerade auf der allerwertesten Grille geschossen, der Dings. Nein, nein, das war zu stark. Alter, was ist denn hier los? Er hat auf die blaue... Alter, der springt aber auf jeden Fall der Ramonbo. Alter, was macht der Puck da? Lastkraftwagenfahrer, ey. Nein. Puck. Ja, ein Ball. Den hätten wir doch klein machen sollen. Na toll, auch ein Mini, ey. Nee, nee, ich meine, ähm, äh, also normal. Alter, ey, ich hab den noch nicht... Der ist viel zu groß. Oh, nein. Ja, bringt ja nichts, der geht ja niemals rein. Ja, das ist genau mit dem Ball, Alter, der geht auch nie rein. Alter. In der Luft weggekickt. Bumm, und direkt von dem Degel, Alter. Pfff. Alter, wie der da abkommt von der Wand. Nee. Das wird ein 8 Stunden Spiel. Ja. Aber das muss halt auch mal sein. Aber nicht wirklich. Nach dem Spiel muss ich ins Bett. Jo, machst du das? Jo. Alter. Du bist da gerade irgendwie so ein bisschen runtergefallen, ne? Nee, nee, nee. Alter! Der besteht... Alter! Alter. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn! Ich hab ihn, ich hab ihn. Fuck! Alter! Er ist abgeprallt. Ja, abgeprallt ist gut. Nee! Was? Alter! Das ist doch... Das ist doch ein Cheater, der Borde. Ding! Ja, das sowieso. Ping! Wohoo! Alter! Nein! Und ich zähl wieder. Nein! Dieses Hüpfen ist anstrengend. Jetzt kommt er Richtung. Äh, aber die... Die blocken den immer so, weil die sind halt sehr gut im... Locken. Und weichen aus, wenn es... Wenn es er rammelt ist. Alter, der springt denn auf einmal so dreckig, ey. Also das ist echt nervig. Ja, ja, ja. Wie so ein Kaninchen! Kaninchen, ey? Das ist eher so ein... So ein... So ein... Frosch dabei. Ja, 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 ja. Christo hatte doch diesen Dings... Diesen Ton auf dem Soundboard mit. Achso, ja. Ja. Ich spiel jetzt mal ohne Ball-Kamera, aber... Ne. Ich seh den Ball gar nicht halt, ne. Man sieht den gar nicht. Ja, ja, du hast halt diesen Pfeil. Ja. Das ist ja anstrengend. Auf den muss er halt achten und dann halt immer so drehen, dass er halt wieder im Dings hat die... Buh, Buh! Hier im Leben würde ich so spielen können. Heftig halt. Ja, ja, mit dem... Mit dem... Mit dem... Hier ist es halt noch übler, weil der halt noch mehr abspringt, als hier sonst immer. Boah! Oh! 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 Okay, da, ich hab' den doch schon die ganze Zeit getroffen. Oh! Oh! Ja, also halt manchmal... Boah! Oh! 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 Näh. Ja. Näh. Wie machen die da? Alter! Über Stefan rübergerutscht. Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Das sind halt Bots, ne? Ja. Bibli-Bubbli-Bots. Ja. Alter! Hähnchen, willst du jetzt wirklich ins Bett oder noch einmal mit normalem Pop? Na gut. Es ist jetzt 2 Uhr, also ich gehe hier Bogo machen. Na gut. Ich bin dann auch mal fertig für heute. Na gut. Gut, Kenneth, dann riechen wir uns, ne? Danke, Team. Tschüss. Tausend.